Musik 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 Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Kunst ist Leidenschaft und Kunst ist Geduld. Über 200 Stunden hat Wolfgang Weltraki in seinem Atelier an diesem einzigartigen Ford Fiesta Vinali gearbeitet, der jetzt hier auf dem Eisfeld steht. Kunst, meine Damen und Herren, ist am schönsten, wenn man sie teilt. Und deshalb hat unser Partner Ford entschieden, dass dieses Unikat nach der Veranstaltung zugunsten von einem wohltätigen Zweck versteigert wird. Herzlichen Dank dafür. Applaus Fort Vinali, Luxury and Silent Designs bei Fort. Viel Vergnügen mit dem zweiten Teil von Art on Ice, das Original. Fort Vinali, Luxury and Silent Designs bei Fort Vinali Fort Vinali, Luxury and Silent Designs bei Fort Vinali Fort Vinali, Luxury and Silent Designs bei Fort Vinali Fort Vinali, Luxury and component Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020